Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere geliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, ein besonderes Evangelium, ziemlich aktuell für unsere Tage. Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu fasten pflegten, kamen Leute zu Jesus und sagten, Warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? Die Leute, die einfachen Leute sind jetzt nicht die Pharisäer. Die einfachen Leute sind verwirrt. Die einen tun so, die anderen tun so. Was sollen wir tun? Und hier geht es um religiöse Praxis. Es geht nicht nur um so ein Gesundheitsfasten. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir zur Heiligen Messe gehen? Sollen wir die Sakramente empfangen? Ja oder nein? Ja, aber wir sind verletzliche Personen. Wir sind jetzt 60, über 60. Wir müssen aufpassen. Und, und, und. Sehr viel Angst und Verwirrung herrscht aktuell. Was sagt Jesus? Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Ja, liebe Brüder und Schwestern, solange Heilige Eucharistie gefeiert wird, solange die Türen der Kirchen offen sind, lasst uns die Gelegenheit nutzen. Lasst uns hingehen. Die Liebe zu Jesus drängt uns, ihn zu empfangen, dass er bei uns ist, dass er uns aufbaut, dass er uns stärkt. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus geht dann weiter und sagt Folgendes. Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. An jenem Tag werden sie fasten. Liebe Brüder und Schwestern, das sind Tage, die ich niemandem von uns wünsche. Dass solche Tage kommen, wo keine Heilige Eucharistie mehr gefeiert werden kann oder wo niemand mehr daran teilnehmen kann. Deswegen, liebe Brüder, lasst uns jetzt jeden Tag jede Möglichkeit nutzen, die uns noch geschenkt ist, damit wir von Jesus selbst in der Heiligen Kommunion aufgebaut werden können, damit er selbst in uns lebt und stärkt und nährt mit göttlichem, übernatürlichem Leben und damit wir die Kraft für vielleicht schwere Zeiten haben. Er möge uns segnen und in seiner Liebe bewahren der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Uns allen einen gesegneten Tag.